Wenn man trainiert, sind asymmetrische Muskeln keine Seltenheit. Manchmal passiert es zum Beispiel bei den Brustmuskeln, dass einer kleiner ist als der andere. Um diese Art von Problemen zu beheben, ist es unerlässlich seine Technik zu verbessern, denn ein Mangel an Symmetrie wird durch eine falsche Körperhaltung ausgelöst. Um diesen muskulären Fehler zu korrigieren, müsst ihr eine gute Ausgangsposition einnehmen und den Körper stillhalten, wenn die Übung es erfordert. Die Bewegungen müssen perfekt identisch sein. Ihr solltet ein präzises Training einhalten. Um das zu schaffen, könnt ihr einige Kleinigkeiten in eurer sportlichen Routine ändern. Hebt leichtere Gewichte. Um euch auf eure Bewegungen zu konzentrieren, fragt einen Trainingspartner nach seiner Meinung, filmt euch oder macht eure Übungen vor einem Spiegel. Auf diese Art könnt ihr euch auf die Technik und nicht auf die Leistung konzentrieren und eure Fehler korrigieren. Aber Achtung, seid nicht ungeduldig, denn eine Symmetriekorrektion kann einige Zeit in Anspruch nehmen.